und dann machen wir doch ja passt schon wir haben keine kohle ja wir ja wir ja ja warte mal kurz gibt es doch nicht ja da haben wir jetzt ein kleines problemchen warum jetzt plötzlich wir haben ja strom wir haben ja wasser gemacht aber naja wir haben ja ein kleines problemchen hier aber warum das müssen wir wirklich bis da runter ziehen nicht genügend geld was komplett streichen das bücher okay ähm gibt es kohle nein dann voll verkackt warum hat es funktioniert und dann plötzlich nicht mehr ich check es gerade nicht machen wir genau das gleiche im gleichen quatsch normales ne ja ja müssen zuerst die straße irgendwo hinbauen und dann die wieder löschen so nicht zu groß werden wir kennen es und schwupps warte mal kurz so das wichtigste wir haben 53 wir haben es aber mal verballert ihr quatsch so so abwasser so abwasser hier hin pumpstation 4 pumpstation 4 pumpstation 4 pumpstation 5 pumpstation 4 Hä? Okay. So, und jetzt haben wir, glaube ich, die Basis gesetzt. Wir haben hier das hier. So, wir haben überall Strom. Wir haben logisch keine Kapazität an Ressourcen, aber das spielt ja keine Rolle, ehrlich gesagt. So, jetzt wird gebaut. Die haben extrem hohe Nachfrage an Häuser. Ja, ich verstehe. Ich glaube, ich bin so klug, dass wir jetzt hier ganz viele Kreuzungen haben. Die sehen scheisse aus. Kommt weg. Ja, da ziehen die Leute ein. Die sind, glaube ich, soweit ich sehe, böse. Ja, wir sind glücklich. Aber wir haben tausend Kreise, die wandern. Wasser. Aber ansonsten haben wir... Bevor ich jetzt noch mehr Kohle aus dem Arsch ziehen darf... Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn jetzt hier einer hinkommt und... Wie viel kosten die? Denkt man einfach zu groß bezüglich Wasser oder was? Oder... Wir kriegen sie noch nicht. Gab sie nicht noch? Gut, wir haben nichts freigeschaltet, von dem her. Naja, ich verstehe schon. Tourismus. Warte mal, Kreuz. Da konnten wir noch... Da konnten wir noch... Ähm... Wir müssen die Bevölkerung von 500 erreichen. Und hier hat jemand Wasserprobleme oder was? Hä? Ah. Für dich, du Robikop. Sollte doch reichen, oder? Minus 200. Ja, wir können alles umbenennen. Ja, ich habe verstanden. Ey, spielt mir das Spiel. Zufriedenheit, Wohngebiete. Warum? Wir haben doch hier eingegrenztes Wollen... Was ist das jetzt hier? Industrie. Wir reichen die Windschwelle langsam irgendwann in 10.000 Jahren. Schauen Sie, jetzt... Jetzt wird hier langsam Betrieb und Verkehr kommen. Plus, wir sind im Plus. Perfekt, wir haben gewonnen. Nicht viel, aber wir haben es. 1.000 gegen 900. Ausgaben. Einnahmen gegen Ausgaben. Das ist schon mal eigentlich Wind for life. So, kann man das nicht irgendwie... Danke sehr. Die werfen Gewinne ab, oder was? Gewinne, gewinne, gewinne. Historisch kennst du eigentlich nicht wieder kein historischer hier. Bevor wir jetzt hier wieder Geld aus dem Fenster schmeißen. Plus 50, 40. Wenn wir dann 500 haben, dann geht es aber los hier. damit... Oh. Bis 10% der Leute... Okay. Mach was ihr wollt. Gewerbegewiesen war gleich 0. Es reicht ein Quadranten hier locker aus. Ist irgendwie lustig. Oh, wir haben plus 700. Nicht schlecht. 900? Oh. Herzlichen Glückwunsch. Kleiner Weiler. Erreicht Bevölkerung 500. Ja, Kacke. Gesundheit, Bildung und Müll. Koch. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Die schicken es ja halt, okay, perfekt. Passt doch, oder muss ja nur hier, oder? Nein, da war kein Geld, scheiß drauf. Wie viel? Zehntausend. Boah, die kriegen ja schon irgendwann hin. Die Musik ist schön und gut. Die Musik ist schön und gut.